Okay, heute möchte ich mit euch mal besprechen, wie man einen Unterrichtsentwurf schreibt. Ich möchte es gerne anhand der Richtlinien machen, wie ich sie bei mir hier auf die Wiki-Seite geschrieben habe. Das könnt ihr dann später nochmal nachlesen. Ich hange mich da jetzt ein bisschen durch, erkläre ein bisschen was, ihr könnt gerne Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Vorweg möchte ich schicken, es gibt keine allgemein geteilte Norm für das Schreiben von Unterrichtsentwürfen. Das bedeutet, der eine Dozent hat diejenige Vorstellung von einem guten Unterrichtsentwurf, eine andere Dozentin hat eine andere Vorstellung von der Struktur eines Unterrichtsentwurfs. Also, ich gebe euch jetzt meine Ideen und meine Gedanken und meine Wünsche wieder, wie ein Unterrichtsentwurf gestaltet sein sollte. Und ihr wisst bitte, dass ihr, wenn ihr bei einem anderen Dozenten, einer anderen Dozentin einen Unterrichtsentwurf verfassen müsst, mit der Person jeweils immer nochmal abklären müsst, was denn deren Erwartungen sind. Okay? Gut. Also, Unterrichtsentwurf. Ich scrolle hier mal ein bisschen durch. Ja, zunächst mal zur Struktur des Unterrichtsentwurfs. Die habe ich hier mal versucht, grob zusammenzufassen. Also, Titelblatt. Titelblatt ist ganz wichtig. Da steht der Titel eures Unterrichtsentwurfs drauf und natürlich auch Name und Matrikelnummer und von welcher Hochschule ihr kommt und so weiter. Also, die Grunddaten. Okay, klar. So, jetzt geht es inhaltlich los. Bedingungsanalyse. Also, die Analyse der Schulsituation und der Klassensituation, für die der Unterrichtsentwurf angefertigt wird. Wenn ihr im Schulpraktikum seid, habt ihr natürlich eine konkrete Klasse, über die ihr hier schreiben könnt. Ihr seid jetzt hier aber in einem Seminar und nicht in einem konkreten Unterricht. Das heißt, ihr habt jetzt keine konkrete Schulklasse, über die ihr schreiben könnt. Nichtsdestotrotz könnt ihr eine Bedingungsanalyse schreiben. Und zwar schreibt ihr diejenigen Bedingungen auf, die gelten müssen, wenn der Unterricht so, wie ihr ihn geplant habt, durchgeführt werden kann. Also, ihr seid ja Informatiker. Es gibt so etwas wie Pre-Conditions an Prozeduren. Also, eine Prozedur kann nur funktionieren, wenn bestimmte Pre-Conditions an die Parameter und so weiter gestellt werden und die stimmen und erfüllt sind. Dann liefert die Prozedur das richtige Ergebnis. Grob gesprochen, das ist hier so ähnlich. Also, ihr formuliert sozusagen die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ihr den Unterricht halten könnt. So, Sachanalyse, didaktische Analyse. Ihr merkt ganz viele Analyseteile. Die Hauptaufgabe beim Unterrichtsentwurf ist das Analysieren. Dann kommen die Unterrichtsziele, die methodische Analyse und am Ende noch so ein bisschen was, was Anhangscharakter hat. Also, die Unterrichtsskizze, über die wir gerade gesprochen haben, die kommt in den Anhang Reflexion. Das habe ich hier mal mit reingenommen. Ihr haltet ja sozusagen die Stunde zu eurem Unterrichtsentwurf nicht. Das heißt, es gibt für euch nichts zu reflektieren. Aber wenn ihr später mal in bestimmten Kontexten im Praktikum oder so einen Unterrichtsentwurf macht und die Stunde tatsächlich auch haltet, dann müsst ihr natürlich eure Stunde reflektieren, keine Frage. Und dann ist es oft mal so, dass man eine solche schriftliche Reflexion dann auch nachträglich noch in den Unterrichtsentwurf einfügt als Gesamtdokument. Und Literaturangaben. So ein Unterrichtsentwurf wird ja hier geschrieben in einem wissenschaftlichen Kontext. Das heißt, ihr könnt die Dinge, die ihr da reinschreibt, oder solltet die nicht einfach aus dem Bauch heraus machen, sondern ihr solltet euch orientieren an Literatur. Und zwar an fachlicher und fachdidaktischer Literatur. Und natürlich auch an schulpädagogischer und erzüglichswissenschaftlicher Literatur und so weiter und so weiter. Also alle Gebiete letzten Endes, alle wissenschaftlichen Disziplinen, die für relevant sind im Kontext Schulunterricht, die kann man natürlich hier anzapfen für wertvolle Informationen für die konkrete Unterrichtsstunde. Okay, vielleicht noch zur Gesamtstruktur. Ich selbst bin mir nie so ganz einig, ob man die Unterrichtsziele jetzt dort positionieren sollte, wo ich sie jetzt hier mal positioniert habe oder schon früher. Ja, letzten Endes ist mir persönlich auch die Struktur, wie ich sie ja vorgegeben habe, nicht 100% wichtig. Wenn in eurem konkreten Fall die Unterrichtsziele beispielsweise oben mehr Sinn machen, weil ihr euch darauf später beziehen müsst oder so, könnt ihr das Kapitel auch nach vorne ziehen. Nur was sozusagen Sinn macht, ist die Reihung Bedingungsanalyse, Sachanalyse, didaktische und methodische Analyse. Also die vier Analyseteile, die sollten schon sinnvollerweise in der Reihenfolge sein. Kommen wir dann später drauf, sieht man dann, warum das so ist. Ja, gut, jetzt gehen wir mal die einzelnen Teile durch. Titelblatt habe ich gerade schon gesagt, da kommt alles Mögliche drauf, was auf dem Titelblatt draufkommt. Bedingungsanalyse. Was schreibt man da rein? Zum einen die institutionellen Bedingungen, also den Kontext, den die Schule bildet und dann konkret noch die Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler. So, zu den institutionellen Bedingungen. Da schreibt ihr Sachen rein, wie, welche Schule ist das? Wo befindet sich die Schule? Das wäre möglich, das reinzuschreiben, also Einzugsgebiet beispielsweise. Die räumliche Ausstattung des Gebäudes. Also da könnte einiges relevant sein für den Unterricht. Also im Sportunterricht beispielsweise, ob die Sporthalle vorhanden ist, welche Geräte in der Sporthalle vorhanden sind und so weiter. Im Mathematikunterricht, welche Arbeitsmittel im Klassenzimmer vorhanden sind, beispielsweise die mathematischen Arbeitsmittel beispielsweise. Und im Informatikunterricht natürlich die technische Ausstattung der Schule. Ja, also Computerraum, Tablet-Klassen, Geräte, die ich mir ausleihen muss vorher. Oder gibt es ein Whiteboard, ein interaktives, habe ich Tafeln mit Kreide. Also all die Dinge, die ihr sozusagen an räumlichen Gegebenheiten, Kontextfaktoren vorfindet. Schulbuch, welches Buch wird eingesetzt in dieser Klasse, wäre auch so etwas, was man hier reinschreiben könnte. Dabei gilt, ihr schreibt nur die Dinge rein, die auch wirklich relevant sind für euren Unterricht. Das sehen andere Dozenten anders, wie viele der Dinge. Also wie gesagt, es gibt keine allgemeingültige Norm. Ich würde sagen, ihr schreibt bitte da nur Dinge rein, die relevant sind. Also ich hatte mal jemanden, der hat bei einem Unterrichtsentwurf eine Stunde, die an einer sehr außergewöhnlichen reformpädagogischen Schule gehalten wurde, reingeschrieben, diese Schule hat eine Schulziege. Das ist total nett und so weiter, hat aber für den Unterricht überhaupt null Relevanz gehabt. So etwas braucht ihr dann nicht unbedingt da reinschreiben. Oder ich hatte mal einen Unterrichtsentwurf, da stand drin, wie der Hausmeister der Schule heißt. Auch das ist nicht unbedingt relevant, es sei denn, ihr bindet den Hausmeister direkt in eure Unterrichtsstunde ein. Also solche Dinge müsst ihr nicht unbedingt mit reinschreiben, sondern die Dinge, die relevant sind. Also wenn ihr Informatikunterricht macht, ist die technische Ausstattung in der Stunde wahrscheinlich relevant. Muss aber nicht unbedingt, wenn ihr eine Informatikstunde macht, ohne Technik. An derselben Schule kann die technische Ausstattung irrelevant sein, wenn ihr eine Sportstunde haltet, wo ihr die nicht braucht. Oder relevant, wenn ihr Technik mit in die Sportstunde einbinden wollt. Also die Dinge, die relevant sind, erwähnen. Gut, dann Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler. Hier habe ich mal so ein paar Dinge aufgeschrieben, die man berücksichtigen kann. Auch hier gilt immer, all das, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe, sind keine Muss-Punkte, sondern Kann- oder Soll-Punkte. Also wenn irgendetwas nicht passt in den konkreten Kontext, lasst ihr es weg. Das sollen jetzt nur Orientierungshilfen sein, was man denken kann. Also allgemeines über die Lerngruppe, allgemeines über die Klasse, für die der Unterricht gemacht ist. Ist es eine besonders ruhige Klasse, eine besonders unruhige Klasse, eine Klasse, in der bestimmte Probleme gehäuft auftreten und so weiter. Besonderheiten in der Lerngruppe. Ah ja, okay, das waren jetzt gerade schon Besonderheiten gewesen, die ich genannt hatte. Ja, also irgendwie, keine Ahnung, besondere Auffälligkeiten oder ähnliches. Allgemeines über die Lerngruppe ist natürlich auch sowas wie, wie viele Schülerinnen und Schüler sind in der Klasse. Insbesondere, wie viele Schülerinnen, wie viele Schüler. Altersstruktur vielleicht. Ja, also solche Dinge. Entwicklungspsychologische Phase kann man mit reinnehmen, wenn sie relevant ist. Also, ich will jetzt nicht in jedem Unterrichtsentwurf eine Piaget-Analyse lesen oder so. Ja, die Schüler befinden sich in der konkret operativen Phase oder sowas, in der formalen Phase, was weiß ich, wie die alle heißen. Ja, da könnt ihr natürlich reinschreiben, wenn es für ein Unterricht relevant ist, aber es muss nicht in jedem Unterrichtsentwurf drin stehen. Arbeitsatmosphäre in der Klasse, wie arbeiten Schülerinnen und Schüler zusammen, wie ist das Verhältnis zu euch als Lehrerinnen, als Lehrer. Auffälligkeiten bei bestimmten Schülerinnen und Schülern, also gibt es bestimmte Schülerinnen und Schüler, auf die ihr ein besonderes Augenmerk legen müsst in der Stunde. Beispielsweise Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf oder mit besonderem erwartbarem Unterstützungsbedarf bei diesem Thema beispielsweise. Schüler, die in der Regel besonders schnell fertig sind mit Aufgaben, wie kann man die sozusagen beschäftigen in der Stunde oder sinnvoll natürlich einbinden, sodass sie nicht einfach warten, bis andere fertig sind, also denen geschickt und gute Aufgaben zu geben. Solche Dinge kann man hier schon mal andeuten und sagen, das und das sind Schülerinnen und Schüler, die brauchen ein besonderes Augenmerk. Vorwissen, themenspezifisch. Also ihr konzipiert eine Stunde, die ja nicht einfach so im Luftlernraum steht, sondern die wird im Rahmen von Unterricht stattfinden, bei dem es schon zahlreiche Stunden vorher gab. Und vielleicht braucht man für diese Stunde bereits bestimmtes Vorwissen. Und das schreibt man da rein. Also welches Vorwissen ist denn schon vorhanden in der Klasse zu dem Thema? Ja, dann erwartete Erfahrungen, Neigungen, Abneigungen zum Thema. Erwartete leistungsmäßige Möglichkeiten, Lerntempo und die Beziehung zu Ihnen als Lernperson. Ja, das sind so Orientierungspunkte, die man bei der Bedingungsanalyse beachten kann. Und ihr, da ihr ja keine konkrete Klasse habt, könnt jetzt beispielsweise bei Vorwissen nicht schreiben, was denn alles schon in der Klasse vorher gemacht wurde, welches Vorwissen da existiert, sondern ihr schreibt, welches Vorwissen ihr erwartet, damit diese Stunde so durchgeführt werden kann. Also bitte, wir machen jetzt zwar einen Unterrichtsentwurf für keine konkrete Klasse, sondern im Rahmen von dem Seminar sozusagen für eine fiktive Klasse. Ihr braucht aber jetzt auch nicht euch verbiegen und irgendeine fiktive Klasse erfinden oder so mit auffälligen Schülern S-Punkt und M-Punkt, die diese oder jene Auffälligkeiten haben, nicht machen. Ja, sondern ihr schreibt hier einfach sinnvoll auf, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Stunde so gehalten werden kann. Also besonders auffällige Schüler beispielsweise braucht ihr jetzt nicht in euren Unterrichtsentwurf reinzuschreiben, weil es keine gibt. Okay. So, jetzt kommen wir zur Sachanalyse. Die Sachanalyse ist eine Analyse der Sache, also des Themas. Letzten Endes stellt ihr in diesem Kapitel die fachwissenschaftlichen Grundlagen dar, die die Basis bilden für den Unterricht und bettet das in die Fachsystematik ein. In der Sachanalyse seid ihr Fachwissenschaftler. Ihr könnt euch so als Orientierungspunkt vorstellen, ihr würdet ein Skript schreiben für die entsprechende fachliche Veranstaltung an der Hochschule. Und genau auf dem Niveau schreibt ihr auch die Sachanalyse. Die Sachanalyse schreibt ihr für Lehrerinnen und Lehrer, die dieses Fach studiert haben. Also in erster Linie natürlich für euch, aber auch vielleicht für andere, die diesen Unterricht auch mal halten wollen. Und das heißt, ihr dürft ein gewisses Vorwissen voraussetzen, nämlich ein fachliches Vorwissen. Eins, das Lehrerinnen und Lehrer haben. Und für diese Gruppe schreibt ihr diese Sachanalyse. Anderer Orientierungspunkt, wenn in der Sachanalyse Wörter vorkommen, wie Schülerinnen und Schüler, Unterricht, Aufgabe, dann läuft was schief. Schülerinnen und Schüler kommen in der Sachanalyse nicht vor, sondern ihr schreibt eine Analyse der Sache. Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel aus der Mathematik, ihr macht eine Stunde zur Einführung in die reellen Zahlen. Dann würdet ihr in der Sachanalyse durchaus so Dinge schreiben, wie, dass die reellen Zahlen mit bestimmten Operationen einen Körper bilden und bestimmte Axiome erfüllen und so weiter. Ja, ich meine, das ist eine Sprache, die würde man in der Schule nie verwenden. Aber in der Sachanalyse schon. Hier liegt die fachwissenschaftlichen Grundlagen dar. Und da ist es schon interessant, aus der fachwissenschaftlichen Sicht beispielsweise, welche Gesetze gelten in einem Körper und im Körper der reellen Zahlen, weil vielleicht genau diese Rechengesetze dann später auch auf den Unterricht runtergebrochen werden müssen. Das ist der einzige Teil, bei dem ihr letzten Endes inhaltlich weit über das hinausgeht, als das, was ihr in der Stunde braucht. Ich habe gerade bei der Bedingungsanalyse geschrieben, da fokussiert ihr euch die Dinge, die ihr braucht. Später wird es auch so sein. Bei der didaktischen Analyse fokussiert ihr euch genau auf die Stunde. Bei der methodischen Analyse genau auf die Stunde. Bei der Sachanalyse übertretet ihr tatsächlich den Rahmen der Stunde notwendigerweise, weil ihr auf einem fachlich hohen Niveau die Sache beschreibt. Das ermöglicht es euch später aber auch, dann in der didaktischen Analyse eine didaktische Reduktion vorzunehmen. Das könnt ihr ja nur, ihr könnt ja nur didaktisch reduzieren, wenn ihr vorher schon etwas breiter angelegt die Sache beschrieben habt. Später könnt ihr dann sagen, ich fokussiere mich in der Stunde, in der didaktischen Analyse auf dieses oder jene Unterthema oder diesen oder jenen Aspekt. Die anderen Aspekte lasse ich außen vor, weil ich nicht alles in der Stunde behandeln kann und mich fokussieren muss und es soll exemplarisch sein und so weiter. Aber in der Sachanalyse habt ihr natürlich schon das entsprechende Gebiet ausreichend dargelegt. Gut, didaktische Analyse. Ja, dann geht es darum, den Inhalt zu übertragen auf die konkrete Stunde. Also jetzt den Inhalt, das Thema didaktisch zu verarbeiten. Es gibt ja so diese alte Trennung, die eigentlich keine echte Trennung ist, aber schon mal ab und zu getrennt gedacht werden kann zwischen Didaktik und Methodik. Didaktik beantwortet ja tendenziell eher die Frage des Was soll gelernt werden und warum soll das gelernt werden, während die Methodik dann anschließend beantwortet, wie soll es gelernt werden oder unterrichtet werden. Also zunächst mal Was und Warum, didaktische Analyse und dann kommt das Wie in der methodischen Analyse. Dass man natürlich eine Stunde nicht so plant, dass man erst sich um das Was und das Warum kümmert und dann das Wie, sondern dass das irgendwie ein komplexer Vorgang ist, bei dem alle Aspekte hin und mal wieder auftauchen und ihr mal den einen oder anderen Gedanken habt und so weiter, ist klar. Und dass auch das Wie nicht vom Was so einfach getrennt werden kann in der Realität. Nichtsdestotrotz ist es ganz hilfreich, ab und zu mal es getrennt aufzuschreiben. Also didaktische Analyse, da kann man solche Dinge reinschreiben. Auch wieder kein Muss, sondern Anregungen, Impulse für euch, woran ihr denken könnt, wenn ihr sowas macht. Also Bezug zum Bildungsplan. So eine Stunde sollte ja natürlich irgendwo in den Bildungsplan eingebettet werden können. Und ja, das könnt ihr hier machen. Also wo im Bildungsplan ist denn das zu verorten überhaupt, was wir hier machen? Überlegungen zur Relevanz des Inhalts. Warum mache ich das eigentlich? Also sollte euch da gar nichts einfallen, sollte ich überlegen, was ihr überhaupt macht. Also natürlich sollte der Inhalt, den wir in der Schule machen, irgendeiner Weise relevant sein. Oder gibt es verschiedene Aspekte, Alltagsrelevanz, also für Schülerinnen und Schüler im Alltag relevant. Oder in der Zukunft relevant, Zukunftsrelevanz. Oder Berufsrelevanz. Ja, dazu solltet ihr euch Gedanken machen. Bezug zu fundamentalen Ideen der Mathematik, der Informatik oder des Fachs, in dem ihr euch gerade bewegt. Also es gibt diese Kerngedanken, Kernkonzepte von Wissenschaften und auch da kann man natürlich darauf Bezug nehmen. Also beispielsweise in der Mathematik, jetzt waren wir gerade beim Thema reelle Zahlen, das bezieht sich auf die fundamentale Idee von Zahl und Operation in der Mathematik. Und da die Bildungspläne ja mittlerweile auch daran orientiert sind, an diesen fundamentalen Ideen oder Kernideen, Leitideen, Leitkonzepten, ist man da sozusagen sowieso in derselben Struktur. Also ihr überlegt euch was in den zentralen Inhalten und Prozessen des Fachs und nehmt da drauf Bezug. Hatte Unterrichtsgegenstand einen exemplarischen Charakter? Auch das ist so ein Punkt, den nimmt man nur rein, wenn es passt. Also wenn man eine Stunde hat, wo irgendetwas exemplarischen Charakter hat. Ich habe schon Studenten versuchen, also versuchen sehen, krampfhaft irgendwie eine Stunde reinzukriegen, dass das jetzt irgendwie exemplarischen Charakter hat. Eine Stunde hat exemplarischen Charakter. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ihr eine Biologiestunde haltet über die Winterschläfer und ihr nehmt als Beispiel den Igel. Also ihr erarbeitet sozusagen Eigenschaften von Winterschläfern am Beispiel des Igels. Und ihr stellt den Igel in den Mittelpunkt und im Kontext erarbeitet ihr aber generell Eigenschaften von Winterschläfern. Dann hat der Igel einen exemplarischen Charakter. Wenn ihr reelle Zahlen einführt, dann sind die Zahlbeispiele, die ihr nehmt, nicht unbedingt exemplarischen Charakter, sondern es sind Beispiele. Oder ein Beispielprogramm, das ihr im Informatikunterricht vorne zeigt, ist jetzt methodisch gesehen einfach ein Beispiel, das ihr zeigt, aber das Thema hat jetzt keinen exemplarischen Charakter für irgendwas anderes. Also nicht überall dort, wo Beispiele vorkommen, hat man einen exemplarischen Charakter vorliegen. Okay. Umweltbezug, Verankerung im Erfahrungsbereich der Schüler. Bezug zu anderen Fächern. Interdisziplinarität ist natürlich auch immer wichtig. Oder fächerübergreifendes Denken. Gibt es da irgendeinen Bezug? Vielleicht bietet es sich sogar an, wenn ihr so eine Stunde plant, mit einem anderen Fachlehrer, einer anderen Fachlehrerin gemeinsame Sache zu machen, weil sich herausstellt, dass doch zwei Fächer so stark bei diesem Thema beteiligt sind. Oder ihr nehmt diese anderen Fachaspekte mit hinein. Könnt ihr natürlich auch machen. Didaktische Hintergrundtheorien zum Inhalt. Stufenfolgen, Phasen oder Ähnliches. Manchmal gibt es sowas. Gibt es nicht bei jedem Thema. Bei bestimmten prominenten Themen gibt es sowas. Ich nehme mal ein Beispiel. In der Mathematikdidaktik gibt es ein Stufenmodell für die Einführung von Größen. Also wenn ich Längen beispielsweise einführe und es geht um das Messen von Längen, da gibt es so eine Stufenfolge, wie man das geschickterweise didaktisch sinnvoll macht. Als Orientierungshilfe. Wenn es sowas gibt, kann man das erwähnen und sollte man es natürlich auch in der didaktischen Analyse beschreiben. Weil es eine gewisse Stufung des Inhalts auch betrifft. Da gerät man schon relativ schnell in das Wie hinein, in der Methodik. Und das zeigt auch, dass es eben starke Überschneidungen gibt. Trotzdem kann man in der didaktischen Analyse, wenn man in Stufen denkt, oder in Abschnitten oder Phasen, denkt man in tendenziell eher inhaltlichen Studierungen, nicht in der studischen Studierungen. Also auswählen, Stufen, Umweltbezug und so weiter und so weiter. Es ist eine didaktische Analyse. Das heißt, diese Analyse von etwas gehört unmittelbar auch dazu, Begründungen für Entscheidungen. Ihr müsst euch vielfach entscheiden bei der Unterrichtsplanung. Und da ist es wichtig, dass ihr die Begründung die Entscheidungen begründet. Also didaktische Reduktion ist so ein typischer Fall, da muss man Entscheidungen treffen. Und die soll man nicht einfach irgendwie treffen, sondern begründet. Und idealerweise auch noch mit Literatur begründet. Also ihr solltet euch auskennen in der Fachdidaktik. In dem Teil hier braucht man fachdidaktische Literatur in der didaktischen Analyse. Und die nehmt ihr natürlich als Schützengehilfen sozusagen mit hinzu, wenn ihr begründet, weil da hat ja schon mal jemand was drüber geschrieben. Und dann könnt ihr euch daran orientieren und die Argumente mit aufnehmen. Oder euch gegen Argumente von irgendjemanden stellen, ganz egal, Hauptsache begründet. Bei der Sachanalyse oben, hatte ich nicht vergessen zu sagen, nehmt ihr natürlich Fachliteratur als Literatur hinzu. Also in der die Sache beschrieben ist. Platt gesagt, in der Sachanalyse nehmt ihr ein Buch zur Objektorientierung, jetzt Beispiel Informatik, wo Objektorientierung eingeführt wird fachlich, während ihr in der didaktischen Analyse ein Buch oder einen Artikel zur fachdidaktischen Überlegung hernimmt, wie man Objektorientierung einführt in der Schule. Ja, also Fachliteratur bei der Sachanalyse, fachdidaktische Literatur bei der didaktischen Analyse. Didaktische Strukturierung, das war etwas, was ich vorhin auch schon mal so ein bisschen angedeutet hatte. Also es gibt so etwas wie eine inhaltliche Strukturierung der Stunde, dass man erst mal am Anfang sich auf einen Inhalt fokussiert, um dann am anderen den anderen Inhalt zu fokussieren, beispielsweise, wenn er so etwas macht, dann sollte das auch da rein und begründet dort hinein. Darstellung möglicher Alternativen und deren kritische Wertung. Wenn ihr Entscheidungen trefft, bedeutet es ja oftmals Entscheidung für oder gegen A oder Entscheidung für A, B oder C. Ihr habt also zwei, drei, vier Alternativen, zwischen denen ihr auswählen müsst und begründet entscheiden müsst. Das heißt, ihr solltet auch die Alternativen darstellen. Also die, für die ihr euch nicht entschieden habt. Und wenn ihr das tut, dann lässt sich ganz gut die Variante begründen, für die ihr euch entschieden habt. Also ihr sagt, es gibt die Möglichkeit oder die Möglichkeit. Variante A hat den Vorteil, den Nachteil. Variante B den Vorteil, den Nachteil. Ich habe mich für A entschieden, weil. Oder Variante A, ist die und die. Theoretisch wäre noch die Möglichkeit, Variante B zu wählen, die und die, aber die hat die und die und die Nachteile, deswegen Variante A. Also ihr solltet, wenn ihr eine Entscheidung begründet, auch möglichst die Alternativen erwähnen. Ja, außerdem könnt ihr vermutete Schwierigkeiten noch hinzufügen und Ideen zur Bewältigung. Und ja, hier unten steht nochmal, diskutiere Alternativen, belege deine Aussagen mit Literatur. Gut. Jetzt habe ich hier die Unterrichtsziele verortet. Wie gesagt, das ist so ein Teil, das könnte man sich auch früher vorstellen. Ihr schreibt die Ziele auf, die ihr mit eurer Stunde verfolgt. Und die Ziele beschreibt man idealerweise in einer Art kompetenzorientierten Formulierung. Also, die Schülerinnen und Schüler können Punkt, Punkt, Punkt. Was sollen die am Ende mehr können, als sie vorher schon konnten? Welche Kompetenzen sollten sie denn entwickelt oder weiterentwickelt haben im Laufe der Stunde? Wenn man davon sprechen kann, dass innerhalb von 5 wird irgendwelche Kompetenzen entwickelt werden. Aber, naja, zumindest Teilkompetenzen oder Kompetenzaspekte oder sowas. Also, die Schülerinnen und Schüler können das und das mehr oder erstmals oder vertieft nach der Stunde mehr als vorher. Also, die Schülerinnen und Schüler können den Unterschied zwischen Klasse und Objekt erklären. Die Schülerinnen und Schüler können die Attribute bei bestimmten realweltlichen Objekten identifizieren. So etwas. Also, irgendetwas, was die Schülerinnen und Schüler am Ende schon mehr können, als vorher. So, jetzt kann man die Kompetenzen aufteilen in verschiedene Kategorien. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe mal ein paar hier aufgeführt. mir persönlich ist ganz egal, welche ihr nehmt. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, denen es nicht egal, welche ihr nehmt. Die sagen dann, die und die Kategorisierung bitte nehmen. Ich führe mal ein paar auf und ihr entscheidet euch für eure Stunde, welche sind die sinnvolle. Also, kognitive Ziele, affektive Ziele, psychomotorische Ziele und soziale Ziele ist eine Möglichkeit der Kategorisierung. Kognitive Ziele ist so etwas wie, können den Unterschied erklären zwischen Objekt und Klasse. Kognitives Ziel. Eins, das sich auf Wissen und Denken bezieht. Oder auf Problemlösen beispielsweise. Affektive Ziele, die Schülerinnen und Schüler sollen einen positiven Bezug zum Fach Informatik entwickeln. Kann man noch detaillierter formulieren, je nachdem, worum es gerade geht. Aber das wäre so ein affektives Ziel. Psychomotorische Ziele, die Schülerinnen und Schüler können den Zirkel benutzen. Das ist ein psychomotorisches Ziel. Und soziale Ziele, sie können im Team miteinander eine Lösung entwickeln, beispielsweise. Jetzt ist es so, nicht jede Stunde hat Ziele all dieser vier Kategorien. Ich habe auch schon oft erlebt, dass Studierende versucht haben, immer alle Kategorien zu füllen mit jeweils fünf Zielen. Das ist natürlich Quatsch. Ihr habt in der Regel für eine Stunde höchstens eins, zwei Ziele. So richtige Hauptziele. Dass natürlich Schüler in der Stunde nicht gegeneinander arbeiten lernen sollen, ist auch klar. Also, dass die Schüler miteinander arbeiten können können sollen, auch in Einzelarbeit, in Partnerarbeit oder Gruppenarbeit, ist klar. Aber das ist doch nicht ein Ziel von jeder Stunde. Ihr habt natürlich auch oftmals in Mathematik und Informatik, habt ihr oftmals kognitive Ziele vor Augen. Und vielleicht wollt ihr in der Stunde mal diesen Aspekt des sozialen Zusammenarbeitens verstärkt in den Blick nehmen, weil ihr Rechenkonferenzen oder sowas durchführt. Dann würde ich das expliziter aufführen. Aber nicht bei jeder Stunde hinschreiben, die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, miteinander zu arbeiten. Das ist irgendwie redundanter Text, weil das sowieso klar ist. Auch psychomotorische Ziele gibt es nicht in jeder Stunde. In Sport wahrscheinlich immer, in Mathematik eher selten, Informatik auch eher selten. Also sowas wie Tastaturschreiben lernen, wäre ein psychomotorisches Ziel. Aber das habe ich nicht in jeder Stunde. Und nicht in jeder Informatikstunde ist mein Ziel, dass die Schüler lernen sollen, mit der Tastatur zu tippen. Auch wenn sie die Tastatur benutzen in der Stunde und sich dabei auch noch verbessern wahrscheinlich und so weiter, bei jedem mal ein bisschen mehr verbessern, ist es trotzdem kein Ziel der Stunde. Aber es kann natürlich sein, dass es ein Ziel ist, wenn ihr gerade eine Stunde macht, zum Zehnfingerschreiben lernen. Affektive Ziele, ja, auch die hat man nicht immer. Aber vielleicht wollt ihr in der Stunde, habt ihr in der Stunde gerade so angelegt, dass ihr von den verwendeten Inhalten insbesondere auch die Gender-Aspekte im Informatikunterricht in den Blick nehmt. Also ihr seid vielleicht in der Klasse, wo ihr merkt, dass das ein oder andere Geschlecht irgendwie bestimmte Mädchen, bestimmte Jungen keinen Bezug zur Informatik finden und dann überlegt ihr euch gerade was, um sozusagen das Problem aufzugreifen und produktiv anzugehen und dann könnt ihr natürlich hier hinschreiben, ihr wollt insbesondere auch ein positives Bild von Informatik vermitteln oder für Informatik begeistern oder so, da kann man sich auch da reinschreiben. Dass ihr natürlich in jeder eurer Informatikstunden für Informatik begeistern wollt, ist auch klar. Also ich würde erwarten, dass hier von mir aus drei oder vier Ziele stehen, die ihr in den Blick genommen habt. Und dann könnt ihr gerne auch noch Unterziele beschreiben, also wenn ihr so oder eins oder zwei Oberziele und in jedem Ziel dann nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter, was die Unterziele bedeuten. Also die Schülerinnen und Schüler können einen Algorithmus mit Hilfe eines Flussdiagramms skizzieren, könnte das Oberziel sein und die Unterziele könnten dann sein, die Schülerinnen und Schüler können Elemente wie Sequenzbedingungen und Schleife verwenden. Oder sie können einen Sequenzdiagramm auch interpretieren oder Fehler finden in einem Sequenzdiagramm und so weiter. Das könnten vielleicht nochmal Spezifizierungen sein. Gut, es gibt noch andere Kategorien, es gibt noch so etwas wie Grob- und Feinziele, das habe ich gerade gesagt, also das könnte man auch als Kategorisierung nehmen oder zusätzlich nehmen. Und es gibt noch die schöne Kategorisierung mit Fachkompetenz, methodische Kompetenz, Personalkompetenz und Sozialkompetenz, wobei die relativ ähnlich ist zu der oben. Also da wird relativ ähnlich, gibt es aber auch Unterschiede. Also hier oben steht zum Beispiel die psychomotorischen Ziele und hier unten gibt es die methodische Kompetenz. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Methodische Kompetenz kann ja auch Methoden, Arbeitsmethoden, Arbeitsweisen betreffen, die jetzt nicht psychomotorischen Charakter haben, sondern kognitiven Charakter und so. Naja, ihr wählt euch einfach die Kategorisierung, die für euch passt. Und die eins, zwei Hauptziele der Stunde, das sind auch diejenigen, die auf der Unterrichtsgezogen draufstehen. Die Schülerinnen und Schüler können Algorithmen in Flussdiagrammen, Sequenzdiagrammen oder was auch immer darstellen. So, jetzt kommt der konkreteste Teil, wir gehen immer weiter auf die konkrete Schulstunde zu. Jetzt wird die im Detail geplant in ihren Phasen und zwar in der methodischen Analyse. Die methodische Analyse gliedert sich in die Phasen des Unterrichts, die ihr auch in der Unterrichtsskizze entsprechend in den Zeilen habt. Da könnt ihr gerne Unterüberschriften verwenden, sowas wie Einstieg, Erarbeitung, Übung, Festigung, Zusammenfassung oder am Anfang Problemaufriss und so weiter und so weiter. Also was auch immer euch als Phasenbegriffe einfällt, schreibt die da rein als Unterüberschriften und dann geht es in die konkrete Diskussion dieser Phase hinein. Ja, ihr schreibt dort, welche Methoden ihr wählt in der jeweiligen Phase und welche, also Methoden, Schrägstrich Handlungsmuster, das sind etwa das Gleiche und welche Sozialformen und welche Medien. So, jetzt was ist was? Am einfachsten lassen sich Sozialformen erklären, die richten sich einfach nach der Anzahl der beteiligten Personen, nämlich Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit oder Plenum, die ganze Klasse. Das sind die Sozialformen. Handlungsmuster, Methode ist so etwas wie Lehrervortrag, Gruppenpuzzle, Methoden, welche Art es auch immer in den einzelnen Fächern gibt, Schülerexperiment ist eine Methode. Also solche Dinge schreibt ihr als Methoden hin. Die kann man natürlich in jeder oder in vielen unterschiedlichen Sozialformen machen. Ich kann also ein Schülerexperiment in Einzelarbeit und Partnerarbeit und in Gruppenarbeit machen oder ich mache es in der gesamten Klasse. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Methode und Sozialform. Und Medien, also welche Medien brauche ich denn dafür? Und das sind jetzt die typischen Stellen, an denen man Entscheidungen treffen muss. Also was nehme ich denn jetzt? Mache ich, nehme ich dieses Medium oder jenes Medium, diese Methode oder jene Methode? Und diese Überlegung schreibt ihr da rein. Also ihr braucht Alternativen und die Begründungen. Und jetzt ist es so, oftmals entsteht dann die Frage, jetzt muss ich mir ja Alternativen aus den Fingern saugen. Obwohl es doch sonnenklar ist, dass ich das machen will. Nee, ihr braucht euch keine Alternativen aus den Fingern saugen. Aber ihr werdet bei jeder Unterrichtsvorbereitung Überlegungen anstellen, ob ihr es so oder so macht. Und wenn ihr so eine Überlegung habt, ist es sofort eine mögliche Alternative, die ihr nennen könnt. Also ihr erfindet natürlich jetzt keine sinnlosen Alternativen, die jeder von sich aus schon sagen würde, nee, das ist ja Quatsch. Und dann begründet ihr, dass ihr die nicht nehmt, weil es Quatsch ist. Sondern ihr nehmt natürlich nur sinnvolle Alternativen oder die, die ihr auch in Erwägung gezogen habt. Und dann begründet ihr da, warum ihr die nicht genommen habt. Also und zwar auf Sozialformen, Handlungsmuster und Medien bezogen. Ja, ganz wichtig bei der Methodischen Analyse ist auch immer Hinweise zur Differenzierung. Ihr müsst mit heterogenen Klassen umgehen sozusagen. oder positiv formuliert, ihr könnt die Diversität in eurer Klasse nutzen, lernen und müsst euch überlegen, wie geht ihr denn mit Schülern um, die mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, Talenten, Interessen, Motivationslagen und so weiter in eurer Klasse sitzen. Wie fangt ihr die ein, die nicht motiviert sind, sich damit zu befassen? Wie helft ihr denjenigen, die Schwierigkeiten beim Verständnis des Themas oder Inhalte haben? Wie begeistert ihr diejenigen, die sowieso am schnellsten immer fertig sind und sich dann langweilen? Wie könnt ihr denen sinnvolle Aufgaben geben? Bindet ihr die ein in die Betreuung der anderen? Ja, also als Ansprechpartner, als Helfer, also als Peer-Tutor sozusagen? Oder habt ihr besondere Aufgaben dabei, die diesen einen Schüler bestimmt fordern werden und ihr habt diese Aufgaben nur für diesen Schüler, weil der eben diese Art Aufgaben braucht, die anderen damit aber nichts anfangen können? Oder ihr habt Aufgaben, die natürlich differenzieren, das heißt Aufgaben, die so gestellt sind, dass jeder Schüler auf seinem eigenen Niveau sein eigenes Schwierigkeitslevel wählen kann. Das solltet ihr auch damit reinschreiben. So, natürlich habt ihr dann auch Verweise auf Arbeitsblätter, Tafelanschrieb und so weiter, die ihr gerne da auch mit reinschreiben könnt und die ihr dann in den Anhang packt. Also, für eine Stunde, wenn ihr ein Tafelbild plant, für eine Stunde, dann plant ihr das vorher, solange ihr noch nicht aus der Hüfte geschossen so versiert unterrichtet, dass ihr genau wisst, wie ihr dieses Tafelbild gestalten werdet. Denn wenn ihr am Anfang ein Tafelbild machen wollt und ihr es euch nicht vorüberlegt habt, dann kann alles passieren. das geht nicht ganz drauf, schief, falsch proportioniert und so weiter und so weiter und dann ist doof, weil das Tafelbild natürlich ganz prominent in der Klasse steht und auch die Visualisierung ist für das, worum es gerade geht. Wenn ihr das verhunzt, dann erschwert das unnötig kognitive Prozesse bei den Schülerinnen und Schülern. Also, das muss sauber überlegt sein. Daher, wenn ihr dann tatsächlich mal unterrichtet, in der Klasse Unterricht halten müsst, am nächsten Tag, stellt euch euch einen Tag vorher an diese Tafel und schreibt das da dran. Nicht auf ein Blatt Papier oder so, sondern ihr schreibt es an die Tafel dran. Vorher, irgendwo in der Freistunde oder ist gerade keiner drin, macht ihr das mal heimlich. Nicht, um es da stehen zu haben für den nächsten Tag, kann man natürlich auch machen, aha, pada, Tafelbild schon fertig. Perfekt, wenn ihr das macht, auch gut, wenn das passt und wenn man dann gleich loslegen kann. Aber oftmals will man das ja auch erst während der Stunde entwickeln und dann ist es sinnvoll, das mal am Medium selbst ausprobiert zu haben und dann fotografiert das ab und legt das Foto mit in den Unterrichtsentwurf. Also eine andere Sache, wenn ihr an einem interaktiven Whiteboard arbeitet und seid damit noch nicht so ganz geübt, probiert das bitte vorher aus, am Tag vorher mal hinstellen und mal rumklicken und rumtippen und so ein paar überlegen, wie geht es möglichst wendig und so weiter und vielleicht habt ihr da noch Materialien für das interaktive Whiteboard und dann kann man die natürlich auch ausdrucken und zum Unterrichtsentwurf mit dazu packen oder wenn es interaktiv ist, verlinken oder auf CD oder USB-Stick mit dazu packen oder was auch immer. Ja, und die Hausaufgaben auch überlegen, also was sollen die Schüler denn machen nach der Stunde zu Hause, wenn es so etwas wie Hausaufgaben gibt an der Schule und so weiter hängt ein bisschen von der Schule ab, kann man sich auch gleich überlegen. So, und auch hier ist es so, das alles fließt natürlich dann eins zu eins in die Unterrichtsskizze, das heißt, die methodische Analyse und die Unterrichtsskizze als stichpunktartige Essenzstruktur der Stunde müssen konsistent sein, ganz klar. Natürlich ist es so, Unterricht läuft nie oder oftmals nicht so ab, wie man ihn geplant hat. trotzdem verläuft eine geplante Unterrichtsstunde besser als eine ungeplante Unterrichtsstunde, denn es geht irgendwas schief, es läuft irgendwas nicht so wie erwartet. Wenn ihr eine Unterrichtsstunde unterrichtsentwurfsmäßig geplant habt, euch Alternativen überlegt habt, die ihr wieder verworfen habt und euch für eine Alternative entschieden habt und dann haltet ihr die Stunde und diese Alternative funktioniert nicht, habt ihr natürlich sofort die anderen Alternativen im Hintergrund, die ihr verworfen habt. Das heißt, wenn ihr in so einen Planungsprozess reingegangen seid, seid ihr so hinreichend in das Thema und die didaktische Aufarbeitung und die methodische Umsetzung eingedacht und eingearbeitet, das heißt, dass wenn was in der Stunde anders läuft als geplant, dass ihr dann viel flexibler und sicherer reagieren könnt und einfach einen anderen Weg einschlagen. Ja, das ist eigentlich der Sinn von so etwas. Natürlich ist es so, man wird nicht im Lehreralltag für jede Stunde einen ausführlichen Unterrichtsentwurf machen. Schafft ja keiner. Ja, ist klar. Es geht auch gar nicht darum, dass man das für jede Stunde machen müsste. Es geht darum, dass man lernt, welche Überlegungen zur Gestaltung einer Unterrichtsstunde beitragen und wie man mit Alternativen umgeht und begründet umgeht und so weiter, sodass man sich dann später mit etwas mehr Routine und wenn man sich nicht mehr in Prüfungssituationen befindet und so weiter, dann das natürlich auch mit seiner Expertise internalisiert hat. Also bitte, wird doch schon öfter gefragt worden, ist das nicht irgendwie Schikane, so ein Unterrichtsentwurf? Nein, es ist keine Schikane. Es ist sozusagen, sich ein paar Mal in seiner Ausbildung zur Lehrerin, zum Lehrer intensiv eindenken in Unterrichtsplanung und das dokumentieren. Damit das später, wenn man das ein paar Mal ausführlich gemacht hat, auch mit zunehmender Expertise zunehmend automatisiert verläuft und internalisiert verläuft. Gut, dann kommt da noch die Unterrichtskizze, habe ich vorhin schon gesagt, Reflexionen brauchen wir in eurem Fall nicht, weil ihr die Stunde nicht haltet und Literaturangaben. Alles mögliche in Literatur, die ihr verwendet habt. Dazu ist auch noch zu sagen, da kommt öfter mal die Frage, darf ich Wikipedia verwenden, ja oder nein? Meine Haltung ist, natürlich dürft ihr Wikipedia verwenden. Genauso wie ihr jede andere Quelle verwenden könnt. Wikipedia, da können Fehler drinstehen, klar, aber in jedem Buch können auch Fehler drinstehen. Es geht nicht darum, zu sagen, Bücher sind besser als Online-Medien. Ich glaube, darüber sind wir hoffentlich hinaus im 21. Jahrhundert. Es geht darum, die Güte und die Qualität einer Quelle beurteilen zu können. Und ihr müsst in der Lage sein, ein wissenschaftliches Buch in seiner Qualität zu beurteilen, die Argumente darin und einen Wikipedia-Artikel in seiner Qualität zu beurteilen und die Argumente darin. Und das kann man oftmals nicht nur, wenn man eine Literaturquelle hat, sondern das kann man in der Zusammenschau mehrerer Literaturquellen. Also es kommt gar nicht darauf an, zu sagen, ich nehme Wikipedia oder ich nehme ein Buch, sondern ich nehme mehrere Quellen zum selben Thema und gleiche die miteinander ab, beurteile die Qualität jeder einzelnen Quelle aufgrund meiner akademischen Expertise, aber auch aufgrund der Dinge, die in den anderen Quellen stehen. Und dann kann natürlich Wikipedia auch eine wertvolle Quelle unter anderem sein, genauso wie ein wissenschaftliches Buch eine wertvolle Quelle unter anderem ist. Also ihr müsst einfach schauen, wo kriege ich meine Informationen her? Und manche Informationen gibt es nur in Wikipedia. Also die aktuell größte gefundene Primzahl werde ich in keinem Buch finden. Und selbst wenn ich in ein Buch finde, ist es wahrscheinlich schon wieder veraltet. Die schlage ich in Wikipedia nach, beispielsweise. Und auch sonst gibt es sehr gute Erklärungen in Wikipedia, die mit entsprechender Fachexpertise, die ihr habt, dann auch hinsichtlich ihrer Richtigkeit beurteilt werden sollten. Und dann gibt ihr das ganz normal als Quelle an. Wie auch jede andere Information, die ihr aus dem Web habt. Natürlich ist es wichtig, wissenschaftliche Artikel und wissenschaftliche Literatur zu verwenden in der wissenschaftlichen Arbeit. Also bitte nicht nur Kinderbücher verwenden oder sowas. Ich übertreibe jetzt mal. Oder nicht nur irgendwelche Informationen von irgendwelchen Webseiten nehmen. Weil je dubioser sozusagen eine Quelle, umso ungesicherter ist die Richtigkeit darin. Wikipedia unterliegt beispielsweise Review-Verfahren. Da kann man sich auch ein Stück mit drauf verlassen zum Teil. Oder man guckt in die Diskussionseite bei Wikipedia. Also jede Seite hat ja eine Diskussionsseite. Das sind meist die richtig spannenden Informationen, weil sich dort nämlich die Experten zu dem Thema kloppen darüber, was wahr heißt und was nicht wahr ist. Also wenn man das noch mit hinzuzieht, also all diese Strategien anwendet, die man haben sollte im 21. Jahrhundert bei der Informationsrecherche, dann ist es gut und nicht blindlings irgendwelchen Webseiten vertrauen, bei denen man vielleicht ein bisschen nachdenken, rauskriegen könnte, dass das vielleicht auch eine Seite ist, die jetzt keinen wissenschaftlichen Charakter hat, sondern einen politischen oder einen Marketingcharakter. Also da muss man natürlich sprechen, sprechen, eine Einschaltung für den Quellen und Quellen. Okay, okay. So, noch einige weitere weitere Interrichtsinterwurf. Das ist ein ausführlicher Interrichtsinterwurf. Aber ausführlich bedeutet nicht langatmig und langweilig. Also ihr müsst nicht schwallen. Oftmals hört man, ja, das ist Didaktik, da schwall ich ein bisschen. Das ist natürlich Quatsch. Also es geht darum, tatsächlich gute Argumente und Begründungen und Überlegungen und Ideen so darzulegen, dass es Spaß macht, es zu lesen und auch nicht irgendwie sinnlos mit Informationen gefüllt ist, sodass irgendwelche Seitenzahlen voll werden oder so. Ich gebe euch deswegen auch keine Seitenzahlen an. Also keine Muss-Seitenzahl oder so. Ich sage euch nur, aus Erfahrung ist es so, dass ein Unterrichtsinterwurf in der Regel so acht bis zehn Seiten hat. Und ihr werdet merken, das ist schon, wenn man überlegt, so in etwa wird es, es wird mehr, weil allein die Sachanalyse ist oftmals länger. Und insbesondere, und das solltet ihr euch auch überlegen, Sachanalyse bedeutet nicht, ihr müsst nur Text schreiben, schöne Bilder reinpacken, die irgendwas veranschaulichen. Auch in der Didaktischen Analyse, eine Grafik, die veranschaulicht. Also ihr dürft gerne auch Bilder euch überlegen, die ihr zu veranschaulichen, dessen, was ihr da schreibt, reinbringt, und dann sprengt ihr sowieso irgendwelche achtseitigen Seitenbegrenzungen. Also macht eine sinnvolle Sachanalyse, sinnvolle Deduction-Analyse, sinnvolle Methoden-Analyse, dann hat das Ding so viele Seiten, wie es hat. Übersichtlich gegliedert ist wichtig, also sollte schon gut strukturiert sein, insbesondere sollten die Dinge in den Teilen stehen, in die sie reingehören. Also keine methodischen Überlegungen in die didaktische Analyse, keine didaktischen Überlegungen in die Sachanalyse und so weiter. Macht euch das sozusagen klar, welche Funktionen hat die Dateien und untergliedert die ruhig auch mit Unterüberschriften, sodass man es gut lesen kann. Ich muss bei didaktischen Analysen immer überlegen, ah, okay, dieser Abschnitt, das scheint jetzt die Zukunftsrelevanz zu sein und dieser, ah, das könnte die didaktische Reduktion sein und da kommt noch ein Teil Bildungsplan und auf einmal kommt nochmal ein Teil didaktische Reduktion und so. Also macht einfach eine Unterüberschrift didaktische Reduktion dahin und schreibt das da drunter und dann hilft es euch auch, das zu strukturieren und die einzelnen Teile aneinander zu fügen. Ja, okay, die einzelnen Teile sollen ruhig aufeinander aufbauen, also die methodische Analyse darf natürlich auf die Bedingungsanalyse aufbauen, also ihr könnt nur die Medien verwenden, die es laut Bedingungsanalyse gibt, wenn ihr sie nicht irgendwo anders beschaffen könnt. Oder die methodische Analyse muss natürlich die vielleicht didaktische Strukturierung in den Blick nehmen, weil die Phasen in der methodischen Analyse entlang der didaktischen Strukturierung irgendwie erfolgen müssen. Also ihr solltet natürlich den in sich konsistent gestalten, sodass die Teile aufeinander Bezug nehmen. Ja, das ist nochmal ein wieder wichtiger Punkt, ich betone nochmal, also einer der wichtigsten Aspekte ist die Begründung von Entscheidungen und Begründung von Entscheidungen heißt auch Alternativen diskutieren und dann die Entscheidung begründen. Ja, auch was vielleicht noch wichtig zu beachten ist, ist Ausdruckrechtschreibung und Zeichensetzung. Also ich erwarte natürlich von jedem, der später unterrichtet, dass er einen vollständig korrekt geschriebenen deutschen Text irgendwie abgeben kann und ich erwarte nicht oder andersrum gesagt, ich empfehle euch, gebt ihr mal jemanden zum Gegenlesen. Es ist überhaupt nicht ehrenrührig, jemand anders mal drüberschauen zu lassen. So, korrigier den mal bitte und ich korrigiere deinen Text oder so, ich meine, das ist ja kein Problem. Also es ist jetzt nicht so, dass man das nicht dürfte oder so, sondern im Gegenteil, also bitte achtet drauf, dass es also auch von der Form her qualitativ hochwertig ist und macht auch gleich einen besseren Eindruck, könnt ihr euch vorstellen. Also ich bewerte jetzt Rechtschreibfehler und Kommafehler jetzt nicht so schlimm wie inhaltliche Fehler, aber wenn ich auf der dritten Seite den 150. Kommafehler sehe und dann genervt bin, dann lese ich den Text weiter in einer genervten Stimmung und das wollt ihr bestimmt nicht. Also macht, dass ich nicht genervt bin von sowas und macht es einfach einer guten Qualität. Was auch wichtig ist, natürlich ist, Unterrichtsentwürfe bieten dem manchmal, das macht ja natürlich alle nicht, aber ich sage es trotzdem, dem einen oder anderen die Chance, bereits von jemand anderes geschriebene Unterrichtsentwürfe zu verwenden. Ich sage es mal so, ja, oder also Plagiat, Copy and Paste zu machen. Das geht natürlich nicht. Das geht in keinem Prüfungskontext und sollte auch sonst eigentlich nicht gehen, außer bei Dingen, die es erlauben, wie bei Creative Commons oder so, da dürft ihr Copy and Paste machen, hier nicht. Das heißt, klar, also das auf keinen Fall machen, weil das natürlich dann keine eigene Leistung ist und auch entsprechend bewertet werden muss. Okay. also, ja, Vielen Dank.